ja metal leute furcht ist meinung ich habe mir ein neues messer gekauft okay fettfänger ja ich weiß ist vom edeka toll auch holzgriff weil das andere steakmesser das habe ich nicht mal mehr mit chlor sauber bekommen jetzt werde ich dann mal das hier testen ja ich finde es schön scharf und ja warum mache ich die scheiße metal off